Ich lerne Deutsch. Nummer 10342 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Bleib einfach so stehen und versuche, diese Position zwei Minuten lang beizubehalten. Bleib einfach so stehen und versuche, diese Position zwei Minuten lang beizubehalten. Beim Sport müssen wir die Vorschriften des Spiels respektieren, um fair zu spielen. Beim Sport müssen wir die Vorschriften des Spiels respektieren, um fair zu spielen. Die Sparschweine können auf kreative Art und Weise personalisiert oder dekoriert werden. Schaffe eine harmonische Umgebung in deinem Zuhause, in der du dich wohlfühlst. Schaffe eine harmonische Umgebung in deinem Zuhause, in der du dich wohlfühlst. Beim Schreiben meiner Geschichten setze ich eher auf spontane Kreativität als auf detaillierte Planung. Beim Schreiben meiner Geschichten setze ich eher auf spontane Kreativität als auf detaillierte Planung. Beeil dich! Du hast nur noch fünf Minuten. Dann warte ich nicht mehr. Ich hätte nicht gedacht, dass es so lange dauert, ein Elektroauto aufzuladen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like! Und gib uns das so lange. Untertitelung des ZDF, 2020